Guten Morgen, guten Abend oder Hallöchen, mein Name ist der Frodo und ich sitze quasi immer noch vorm Computer, auch wenn wir einen Tag weiter sind, also mit euch werde ich hoffentlich, denke ich, vielleicht eventuell und überhaupt einen Tag weiter sein. Wir gehen in die nächste Runde und zwar in unserem wunderschönen Singleplayer-Apartment Karazhan und da toben wir uns richtig aus. Diesmal gegen... Ja. Mit jemandem, der ein bisschen Adern-Problematik am Hals hat, glaube ich. Joa, schauen wir mal, was kann er denn? Only Icky Ims can damage... was? Ja, komm, wir probieren das einfach aus, es hat ja sowieso keinen Sinn. Ich verstehe diese passive Fähigkeit nicht, deswegen... Komm, ipp, machen wir, passt schon. Ah, nur noch Zeit für Doomhammer. Okay. Los geht's. So, Icky Imp. Alles klar. Okay, alles klar. Los geht's. Also, wir müssen Ihmchen hier töten, um... Spaß zu haben. Dann machen wir das doch mal. Achso, ein Turn. Ich frage mich gerade, was ich... Was passiert, wenn ich den verhexe? Das wäre mal spannend. So, 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 so. So, 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 so. Würde ich sagen, geben wir dem kein Damage, oder? Spell Damage plus one. Auf geht's. Nein, das war blöd. Nein, das war ganz blöd. Das war nachhaltig blöd. Ja. Ich gebe zu, das war nachhaltig doof. Das war nachhaltig doof. Gucken wir mal, was gibt's denn jetzt? Bitte, bitte. Nein, natürlich. Nichts Sinnvolles. Hätte wär auch zu schön gewesen. Na gut, nehmen wir den. Und... Endturn. Aua, 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 aua. Ja, das wird jetzt schwierig. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade spielen sollte, ohne, dass ich mich selber auf die Nase lege. Also. Ich würde sagen, als erstes machen wir den da weg. Der geht mir nämlich auf den Sack. So, einfach, weil ich's kann. Fertig. Au. Überhaupt nicht nett. Gar nicht nett. Auf geht's. Na toll. Wir lassen's mal dabei. Ach, den kann man schon mal töten. Das macht Sinn. So. So. Als nächstes würde ich sagen, spielen wir sie. Pay attention, class. Dann spielen wir... We must cleanse the sunwell. So. Genau, so machen wir es. Das klingt doch gut. Was hat er denn jetzt abgeworfen? Ach nö, ich musste auch nochmal zugucken sowas. Was hast du gesagt? Feel the power, Green. Instruction beginnt. Instruction beginnt. Void call. Ist das hier mit? Jetzt kann der... Okay. Okay. Yay. Mhm. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und End-Turn. Das wird besser. Kommt jetzt irgendein Cheat-Scheiß? Nein? Viel besser. Zwei Inns. Sowas cooles. Dann würde ich sagen, los, los. Okay. Du bist. Noch einen. Gut. Bloodlust bringt mich da jetzt nicht wirklich weiter. Ach, das war es schon. Sowas. Tja, Leute. Hey, wenn es einmal läuft, dann läuft. Habe ich einfach gekauftet, würde ich sagen, ne? Das war's schon wieder. Purify kriegen wir auch noch. Sowas. Silence a Friendly Minion! So. Silence a Friendly Minion Draw. Ja, sehr schön. Dann gibt es noch irgendjemand, der mit zuguckt. Mit einem Battle-Cry. und das war es tra ein magician gif random friendly beast dragon and murloc plus two plus two cool und den kurator den haben wir auch unser unter unserer fuchtel taunt battle cry draw a beast dragon and murloc from your deck ach das ist cool ich bin begeistert was soll ich sagen ich bin glücklich wie selten und ich kann euch was sagen wir haben auch für die nächsten drei tage schon was vor wie ihr seht oder wie ihr vielleicht nicht seht vielleicht lasst euch auch einfach überraschen dann haltet euch jetzt die augen zu ihr seid nämlich am ende dieses videos ich bin sehr stolz auf euch before i was so rudely interrupted wollte ich eigentlich noch sagen ich bin sehr stolz auf euch dass ihr bis hierhin durchgehalten habt vielen vielen dank fürs einschalten ich freue mich über eure kommentare über euer weiß ich nicht daumen hoch und was nicht sonst noch alles vielen vielen dank und ja ich hoffe es hat euch spaß gemacht und ich hoffe auch ihr schaltet das nächste mal wieder ein im zweifelsfalle morgen wenn wir wieder im spiel des tages sind also bis dahin alles gute und vor allen dingen schönen abend schönen morgen oder schönen tag macht gut bis denn ciao